Ein faszinierendes Paradies voller ungeahnter Überraschungen und nahezu unberührter Lebensräume. Droge oder Heilmittel? Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann entdeckt 1943 den Wirkstoff LSD. Starregisseur und Oscar-Preisträger James Cameron Schaut euch das Ding an, das ist unglaublich! Auf einer Reise in eine andere Welt, tausende von Metern unter der Meeresoberfläche. Die schockierende Wahrheit über die Pharmaindustrie und gefährliche Ernährungsgewohnheiten. Ein Viertel von dem, was wir essen, ernährt uns und drei Viertel davon unseren Arzt. Atemberaubende Landschaften und spektakuläre Naturschauspiele der Tierwelt in noch nie gesehenen Bildern. Dokutime auf Teleclub Prime im März.